Was für ein schöner Name. Sternkammer. So heißt das historische Kleinplanetarium in Lübeck. Ralf Heinsohn ist Produzent, Projektentwickler und Kurator immersiver Medien. Der folgende Talk blickt auf die faszinierende Geschichte dieser jüngst erst wiederentdeckten Sternkammer und gibt zugleich einen Ausblick auf die Möglichkeiten, sie künftig als Full-Dome-Planetarium vielleicht sogar als für interaktive Gaming-Engines mit VR-Controllern zu nutzen. Und bevor jemand fragt, wenn ihr gerade den Eindruck habt, an einer ganz normalen, realen Konferenz teilzunehmen, hier auf eine echte Bühne zu blicken, nun, dann wäre uns das mit der Immersion schon gelungen. In diesem Sinne, Bühne frei für Ralf Heinsohn. Ja, prima. Vielen Dank und guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass ihr mir zuschaut und dass ich euch ein bisschen was über die wiederentdeckte Sternkammer in Lübeck erzählen darf. Ich werde jetzt in der nächsten halben Stunde etwas zu der Historie erzählen und ein bisschen zu den technischen Entwicklungen und den Möglichkeiten. Und möchte natürlich auch ein bisschen global abholen, damit alle, die vielleicht nicht die typischen Planetariumsgänger sind, ein bisschen ins Thema reinkommen. Vielleicht erst einmal die Frage, was habe ich mit Planetarien zu tun? Wie kommt es jetzt zu dem Planetarium als solchen? Ich bin tatsächlich seit relativ vielen Jahren in der Planetariumswelt unterwegs, arbeite seit einer ganzen Weile in der Experimente in Heilbronn. Das ist ein relativ junges Planetarium, was erst 2019 eröffnet hat. Das hinkt ihr links oben in dem Bild. Und das ist eines der größten Planetarien in Deutschland und sogar auch Europa. Rechts daneben seht ihr ein mobiles Planetarium. Das ist eine mobile Kuppel, die ich im Rahmen eines Filmfestivals in der Stadt Lübeck betreue. Ein sehr klassisches Festival, was seit einigen Jahren einen Schwerpunkt auch für immersive Medien hat und diesen Bereich immersive Medien auf dem Festival dort abbildet. Links unten seht ihr meine Kollegen von der Sternwarte Lübeck, in deren Team ich auch seit einiger Zeit mit dabei bin. Und dieses Thema Astronomie, genau wie meine anderen Kollegen jetzt aus dem Talk-Panel Faszination Astronomie, vertrete und mit Leidenschaft vorantreibe. Und rechts unten seht ihr als vierte Aktivität eben den Aufgang zur Sternenkammer, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Und was so ein bisschen Hobby und auch ein bisschen Tätigkeit für mich ist. Ich arbeite, wie gesagt, hauptsächlich in der Heilbronn, in der Experimenta und so circa einer halben Stelle. Und in der restlichen Zeit widme ich mich mit freiberuflichen Projekten und darunter eben ganz wesentlich meine Aktivitäten in Lübeck. Ich bin selbst ursprünglich mal Designer und habe mit meinem Diplom mich sehr schnell darauf fokussiert, mit 360-Grad-Medien zu arbeiten. Tatsächlich hauptsächlich Video seinerzeit und dieser ganze Bereich Virtual Reality, Expanded Realities, das ist erst später dazugekommen. Und wie der Name ja schon sagt, Expanded Realities, sind das sozusagen die Mediengrenzen, die überschritten werden. Und das werde ich hier auch, glaube ich, in meinem Talk ein bisschen detaillierter zeigen, warum mir das so viel Spaß macht. Den Begriff immersive Medien würde ich, glaube ich, in unserer Gesellschaft hier oder sozusagen jetzt in unserem Rahmen vielleicht nicht näher erläutern. Und das können wir vielleicht im Detail, wenn noch Fragen dazu aufkommen, im Talk später oder in den Fragen beantworten. Und würde jetzt erstmal nochmal zeigen, wie kurios und wie spannend Planetarien sein können. Dadurch, dass ich ja sozusagen für den norddeutschen Bereich hier auftauche, ist vielleicht auch die linke obere Ansicht ganz wichtig. Das Planetarium Hamburg, für mich sozusagen ein Sehnsuchtsort schon aus der Kindheit. In diesem Wasserturm ist das Planetarium untergebracht, ein Kuppelsaal. Wir werden noch weitere Bilder später sehen von Kuppelsälen von innen. Rechts oben fast genauso alt wie das Hamburger Planetarium, also quasi knapp 90 Jahre, das Planetarium Chicago. Und um auch zu zeigen, dass das Planetarium nicht nur eine Einrichtung der westlichen Welt ist, sehen wir unten rechts das Planetarium in Beijing. Eine wirklich sehr beeindruckende Installation und genauso spektakulär, wenn auch ein kleineres Planetarium. Links unten die Ansicht aus Alexandria in Ägypten, was tatsächlich ein sehr, sehr spektakuläres Planetarium ist und hat ja auch so ein bisschen sonst gleich einen Star Wars Flair. Das Planetarium als solches ist eine Erfindung der 20er Jahre, wurde seinerzeit das Wunder von Jena genannt. Eine große deutsche Optikfirma hat die Erfindung Projektionsplanetarium erfunden. Die Idee war, dass man sozusagen einen Sternenhimmel und Planetendarstellung über einen Projektor, so wie man ihn rechts sieht. Das wurde eins in eine Kuppel projiziert und man sieht im linken Bildanteil schon, wie die Leute damit schlange standen, um diese Sensation zu sehen. Das war das Werksgelände der Firma Zeiss. Huch, jetzt habe ich es doch genannt. Sieht es mir nach. Aber 1925, zwei Jahre später, wurde das Planetarium als solches eine Erfindung, die dann im Deutschen Museum in München der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Seitdem sind Planetarien um die Welt gezogen, sind weit, also geht fast in die tausend Installationen ran. Und seitdem ist das Kerngeschäft der Planetarien eben Wissenschaftskommunikation zu betreiben, speziell für die Astrophysik. Planetarien sind an einiger Zeit dabei, auch einen Paradigmenwechsel sozusagen zu betreiben und weg von der Astronomie und Astrophysik alleine, sondern sie widmen sich auch anderen Wissenschaftsgebieten. Und das ist auch meine Tätigkeit, meine Rolle, dass ich denke, ich möchte relativ interdisziplinär in diesem Medium arbeiten. In der Experimenta ist meine Rolle die Entwicklung neuer Shows, die man links oben in dem Science-Dum, dem Planetarium, der Experimenta sehen kann, die ich dort entwickle. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, nicht nur lineare Vorführungen zu produzieren, sondern eben auch interaktive Events zu organisieren. Und da ist so mein Lab, mein Labor, die mobile Kuppel auf den nordischen Filmtagen in Lübeck. Da seht ihr links unten eine analoge Installation mit einer Kamera, die eine kleine Wasserschale abfilmt und in die Kuppel projiziert, und die sozusagen eine analoge Sound-Bild-Kopplung darstellt, ein VJ-Event mit Wasser. Und rechts sieht man eine VR-Anwendung von den VR-Nerds aus Hamburg, die Anwendung von Lucet Trips. Da haben wir ein Modul in der Unity-Umgebung integriert, sodass das Bild aus der Umgebung, der virtuellen Umgebung in VR in einem Dome-Format, in einem Full-Dome-Format in die Kuppel re-streamed live. Eine sehr spannende Geschichte und die eben neue Interaktionsmöglichkeiten eröffnet und sozusagen auch technisch das Feld Planetarium vielleicht neu erweitert. Ja, 2018 war für mich ein sehr spannendes Jahr. Das war das Jubiläum der nordischen Filmtage, das 60. Und durch ganz großen Zufall bin ich durch eine Tagung in Lund in Schweden auf einen Dänen gestoßen. Den sehen wir dort im Bild, den Carsten Andersen, der Leiter der Sternenkammer, der dänischen Sternenkammer in Kopenhagen. Und er kam auf mich zu und sagte, Mensch, Ralf, du bist Lübecker. Ich habe da was für dich. Ich habe ein Sternprojekt aus Lübeck. Und ich war irgendwie aufgeregt und habe ihn nicht so richtig ernst nehmen können. Ich sagte, Sternprojekt aus Lübeck, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist von der Firma aus Jena, aber Lübeck wüsste ich da nicht. Ich habe das irgendwie auch nicht richtig ernst nehmen können. und bin dann tatsächlich mit dieser Information nach Hause und bin dann ins Stadtarchiv in Lübeck und habe tatsächlich einen Handelsregister-Eintrag dieser Firma wiedergefunden, die darauf hinwiesen, dass es tatsächlich eine Firma gab, der ein Planetarium gebaut hat in Lübeck. Ja, das war für mich sehr aufregend und das hat sozusagen bei mir zum ersten Mal so ein Historiker, eine Historikerleidenschaft entfacht. Ich bin da auf die Suche gegangen und bin dann auf großen Umwegen tatsächlich auf eine Sternenkammer gestoßen. Da klingelt es natürlich sofort, Sternkammer, Sternkammer, die wörtliche Übersetzung in Deutsch-Dänisch. Und man sieht sie ja auch in der Google-Suche, wie sie dann so gefunden, die Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen, GGS St. Jürgen. Die hieß damals, folge bei Gründung, die Klosterschule. Und da sieht man in dem Bild auch rechts oben eine Kuppel, eine kupferfarbene Kuppel. Das ist die Sternkammer von oben im Mönchhofer Weg. Und ja, da hat es mich gepackt und ich bin dieser Kuppel auf den Spuren gegangen, sozusagen auf die Schliche und habe aber versucht herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und zwar war es tatsächlich so, dass 1931 oder zumindest in den späten Zwanzigern Schülerzahlen gestiegen waren, die Stadt Lübeck über weitere Schulen, ein Schulneubaut nachdachte und man sich sozusagen mit sehr viel Vorlauf, sehr viel Muße nahm, um einen neuen Schultypus zu entwickeln, eine Reformschule. Das hatte damals eine sehr politische Tragweite durch das, sozusagen die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Kaiserzeit, die zu Ende ging. Und damals hat man in Lübeck ein neues Denken oder im Kreis dieser Schulpolitiker ein neues Denken etablieren wollen und den Kindern von vornherein sozusagen ein ganzheitliches Denken in der Lehre, in der Pädagogik vermitteln wollen und hat damals wirklich die Schule neu gedacht. Auf dieses Magazin, Le Miroire du Monde, gehe ich gleich ein, aber es war eine Schule, die tatsächlich für damalige Verhältnisse sehr außerordentlich war. Man hat sehr viele naturwissenschaftliche Labore eingerichtet. Man sieht es links unten, die Aufnahme von den Mikroskopen. Es gab Physiklabore, Chemielabore, es gab ein Fotolabor. Das war alles sehr, sehr ungewöhnlich zu der Zeit. Und was auch sehr ungewöhnlich war, dass das Lehrer-Kollegium darüber nachdachte, ein Planetarium zu installieren. Das Planetarium war seinerzeit eine ganz frische Entwicklung, wie wir eben schon gehört hatten, aus Jena. Und ich habe da jetzt noch keine explizite Quelle gefunden, aber es muss klar gewesen sein, dass die Schulpolitiker diese technische Entwicklung aus Jena mitbekommen hatten. Und so ein Überlegten, kann man das nicht auch nach Lübeck bringen? Dann hat man recherchiert und hat festgestellt, dass die Zeiss-Technik tatsächlich nur für Großplanetarien taugte. Und vor allen Dingen damals natürlich, wie es immer so ist bei einer Neuentwicklung, erst mal die Kosten natürlich refinanziert werden müssten, relativ teuer war. Man hat sich an der Schule das Planetarium nicht leisten können von dem Anbieter und war aber so fasziniert davon, eben das Universum mitdenken zu können als Teil eines naturwissenschaftliches Verständnisses der Welt und hat dann darüber nachgedacht, ein Do-it-yourself-Planetarium zu bauen. Und dann gab es tatsächlich einen Physiklehrer, den Dr. Hans Kassebaum, der sich ans Werk gemacht hat und tatsächlich einen eigenen Entwurf entwickelt hat und eine eigene Konstruktion gezeichnet hat, die er dann realisiert hat mit einem Elektrotechniker und dem Schulpolitiker Seewald Schwarz. Und die haben, wie gesagt, einen eigenen Entwurf völlig unabhängig von der Frieden der Zeiss entwickelt und haben darauf interessanterweise sehr, sehr früh eine Patentschrift, ein Patent aus München erhalten, erteilt 1933, zwei Jahre nach Eröffnung der Schule und nach Betriebnahme der Sternenkammer. Und man sieht das hier in der Zeichnung, das war sozusagen nicht nur ein Sternprojektor oder eine Kuppel, sondern es war eine Gesamtlösung, die dort patentiert wurde. Auf Deutsch sieht man das da in der Schrift auch, es wurde genannt, ein Lehrmittel zur Darstellung des Sternenhimmels. Sehr spannend, es war völlig losgelöst von der Zimmer Zeiss. Auch in der Schrift hat man sozusagen durchaus die Arbeit von Zeiss gewürdigt, hat aber auch darauf betont, warum das so anders ist, die Lösung. Und zwar ging es hier anders als bei der hochentwickelten Lösung von dem Optikhersteller darum, dass man nur eine Punktlichtquelle hatte. Die sieht man in der schematischen, technischen Zeichnung rechts oben im Bild. Und diese Punktlichtquelle strahlte durch eine Kugel, im Englischen hat sich der Begriff Starball etabliert dafür, und projizierte durch die Löcher quasi wie eine Lochkamera dann den Sternenhimmel auf die Kuppel. Da gehen wir später noch darauf genäher ein. Hier sehen wir nochmal die beiden Entwickler, Dr. Hans Kassebaum, den Physiklehrer, rechts daneben den Elektroingenieur, Elektrotechniker Hans Nachtigall mit einer Werkstatt in der Lübecker Altstadt. So sah deren Entwicklung dann nach Eröffnung aus. Dies ist hier ein professionelles Werbefoto, was erstellt wurde. Und man sieht links auch nochmal die Kugel, den Sternprojektor. Schwach kann man auch ein bisschen die Löcher in der Oberfläche erkennen. Und man sieht einige Schalter. Diese Schalter haben spezielle Funktionen, da gehen wir gleich noch drauf ein, aber mit den Schaltern konnte man nicht nur den Projektor einschalten und sozusagen auch mit den mechanischen Drehreglern die Erdachsenneigung simulieren und die Rotation des Sternenhimmels bei Nacht. Sondern man konnte mit diesen Funktionen noch weitere Features auslösen. Ich habe hier nochmal einen Übersichtschart gemacht. Links sehen wir nochmal den Projektor in der dunklen Darstellung mit einer Langzeitbelichtung. im mittleren, oberen Bild, ein modernes Bild von jetzt gerade mit einem roten Hintergrund. Das Rot wird sich später erklären. Aber man sieht so Leuchtpunkte. Und zwar haben die beiden eine Lösung entwickelt, die es sonst nicht im Planetarium gibt. Sie haben in der Gipsoberfläche, das sieht man dann in dem rechten oberen Bild, kleine Leuchten verbaut, die auch elektronisch schaltbar waren. Das sind, man könnte denken, LEDs. Das sind sogenannte Telefonfadenlampen. Eine Technik tatsächlich aus den 20er, 30ern, die in den Vermittlungsstellen im Telefonbetrieb sozusagen zum Einsatz kam. Und damit konnte man links unten, springe ich zu diesem Bild, mit den Drucktastern, jedes einzelne Sternbild einzeln statisch ein- und ausschalten. Man konnte sozusagen didaktisch den Kindern einmal über die selbstleuchtenden, die aktivleuchtenden Lampen, die Sternbildformationen, die Sternbilder erzeigen. Und dann ging, so wie man das links oben sieht, der Sternnimmel in der Dunkelheit an, in der Projektion über die Lichtquelle. Und dann konnten die Kinder quasi in dem kompletten Sternnimmel das einzelne Sternbild suchen. Also eigentlich ein didaktisch sehr interessanter Ansatz. Ja, man hat auch eine Lübeck-Sellüte verbaut. Das ist sehr typisch für Planetarien. Das machen fast alle. Und rechts unten, das ist vielleicht auch eine vorausgenommene Antwort an eventuelle Fragen. Man konnte nicht nur den nördlichen Halbkugel, also den Nordsternhimmel simulieren, sondern eben auch den Südsternhimmel. Es gab also Wechselkugeln, die man auf die Apparatur raufsetzen konnte, flexibel, um dann auch den Südsternhimmel zu simulieren. Was mir ganz wichtig ist zu betonen, es war keine statische Erfindung, die einmal eingebaut wurde und dann betriebbar, sondern das war das Werk eines Enthusiasten oder von zwei Enthusiasten, die immer wieder dann weiterentwickelt haben. Das heißt, jetzt, wo wir, und darauf werde ich ja später noch eingehen, wo wir sozusagen die Erfindung modernisiert haben, schalten wir in der Tradition fort, die es schon immer gab, links sozusagen in den 30ern, die Inbetriebnahme mit vielen Schaltern. In der Mitte wurden dann einzelne Schalter in die Kuppelmitte gebracht, um eben diese kleinen Aktivleuchten über Schalter auch von der Mitte der Kuppel aus steuern zu können. Das Ganze hat dann nochmal in den 70ern, 80ern noch eine Holzverkleidung bekommen, wie man das im rechten Bild sieht. Das hat dann ganz extrem was mit der Akustik zu tun. Die Akustik in einer Kuppel ist immer sehr besonders und dort hat man diese Holzpaneele verbaut, um die Schallreflexion ein wenig abzudämmen. Ja, dann springen wir in die Jetztzeit sozusagen und wie gesagt, bin ich durch die Bekanntschaft in Dänemark auf diese historischen Wurzeln in Lübeck gestoßen, habe den Schulleiter, den man hier in dem Zeitungsausschnitt sieht, angesprochen. Der war ganz überrascht, dass sich da jemand interessierte für diese kleine Sternenkammer, die über mehrere Jahrzehnte, quasi 20 Jahre, einen kleinen Dornröschenschlaf hinter sich hatte und anlässlich des 90-jährigen Jubiläums der Schule und eines Schulneubaus, die man unten im Bildrand sieht, hat sich so eine Euphorie ergeben, dass er sagte, ja komm, dann gehen wir auch an die Sternenkammer ran und gucken, was wir da an neuer Technik verbauen können. Der Schulleiter wusste von meinen Aktivitäten auf dem Festival mit der mobilen Kuppel und fragte mich dann, ob wir nicht das, was wir in der mobilen Kuppel auch in der festen Sternenkammer-Einrichtung installieren könnten. Also eine digitale Fulldom, also Vollkuppel-Videoprojektion. Dann muss ich noch ein bisschen ausholen. Wir waren zu zweit, man sieht uns im Bildhintergrund. Es kam ein dritter wichtiger Akteur hinzu und zwar ergab es sich, dass ich bei diesen immer noch parallel weiterlaufenden historischen Recherchen auf die Nachfahren der ursprünglichen Erfinder, des Hans Kassebaum und Ernst Nachtigall stieß und hier im Bild sehen wir den Christian Kassebaum, das ist der Enkel von Hans Kassebaum, der von dieser Familiengeschichte nur sehr oberflächlich wusste, sein Großvater hatte wenig über die Sternenkammer-Erfindung sozusagen an Notizen hinterlassen und als ich ihn mit dieser Geschichte konfrontierte und vor allen Dingen auch den fachlichen Kontext dazu liefern konnte, war er sehr erstaunt und war völlig entfacht und ist tatsächlich seit Anfang dieses Jahr, diesen Jahres in Rente und suchte noch nach einem Hobby und sagte, dass er sich sofort dafür engagieren wolle und ist mit ins Team eingestiegen und ist sogar so weit gegangen, dass er uns einen Teil der neuen Technik finanziert hat, einen digitalen Projektor, auf den wir gleich eingehen werden. Und so hat sich dieses Dreiergespann aus dem Stefan Papst, dem Schulleiter der GGS, den wir in der Mitte sehen, dem Dr. Christian Kassebaum im linken Bildrand, dem Enkel des einzigen Erfinders und mir in der Mitte ergeben und dann haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren dieses Projekt digitalisiert. Das Ziel dieser Weiterentwicklung war, dass man schon durchaus den alten historischen Projekte erhält in voller Funktionalität und das auch nicht nur wegen des Denkmalschutzes, sondern weil der eine Faszination ausstrahlt, die begeistert wirkt und wir wollten ein System entwickeln, sodass gleichzeitig ein Videoproduktionssystem dafür sorgt, dass die Kuppel mit digitalem Bild versorgt wird. Da haben wir ein Ein-Kanal-System gewählt anstatt einer Mehrprojekte-Lösung und wir wollten einen Media-Server einsetzen, mit dem wir sehr variabel sind und alle möglichen Videosignale sowohl linear über Zuspielung als auch interaktiv hinzugeben können. Wir haben auch gesagt, wir möchten die ganze Elektrik, alles, was an Lichtern da ist, über eine KNX-Steuerung schaltbar machen, also quasi wie im Smart Home über ein Tablet steuerbar machen und die Kuppelrandbeleuchtung, im Englischen der Begriff Cufflight, auch da waren alte, Neonröhren war es nicht, aber alte Leuchten aus den 60ern, die wollten wir durch eine RGB-LED-Band ersetzen. Und es sollte Sound hinzukommen, denn das ist sehr wichtig zu wissen, es gab damals quasi nur die Vortragssituation, audiovisuelle Medien wurden ja nicht wiedergegeben, insofern brauchen wir auch Sound. Was ganz wichtig war, diese Technik sollte so einfach sein, dass man ein Schulkollegium mit Lehrerinnen und Lehrern, die im Alltag einfach auch sehr beschäftigt sind, nicht nur aus den Corona-Zeiten, sondern auch davor mit der Unterrichtsvorbereitung, wir wollten eben sozusagen eine Technik an die Hand geben, das eben sofort losgelegt werden kann und dass die ganze Technik leicht zu bedienen ist. Das war das Wichtigste, einfach zu lernen und einfach zu bedienen, leicht zu lernen, also dass es auch wirklich benutzt wird. Hier sieht man ein paar Bilder vom Umbau, wir sind an dem Boden, wir haben uns erst mal suchen müssen, wo die alten historischen Leitungen lagen, haben einen alten Sockel gefunden, den wir entfernen mussten, denkmalschutzkonform zum Glück, haben dann diese Wechselmechanik entwickelt, auf die ich gleich noch eingehen werde. Wir haben Sound installiert und haben uns, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich um diesen Umbau bemüht und haben versucht, alles so dezent und minimalinvasiv zu lösen, wie nur irgendwie möglich ist, sodass der Charme und der Look im Prinzip wie an und dazu mal bleibt und man im Prinzip eigentlich nur den neuen Projektor als Zusatzelement wahrnehmen kann. Ja, hier sieht man das fertige Ergebnis und man sieht eben, der alte Projektor steht noch auf dem neuen Sockel, man sieht dieses Rad und mit diesem Rad kann man den alten Projektor nach unten drehen und den neuen nach oben, das werde ich gleich zeigen und ich zeige hier mal eine schematische Darstellung in Einzelbildern. Wenn man jetzt dieses Steuerrad dreht, kann man den alten Sternenprojektor, den Starboy, nach unten drehen, der geht nach links weg und schon rechts kommt dann der digitale Projektor, ein relativ großes Gerät, einfach aus dem Eventbereich mit sehr viel Ansilum, so dass wir auch stereoskopisch projizieren könnten, kommt dann nach oben. Es gibt eine Sperre, das kleine rote Pedal, was ein bisschen an Nähmaschinen erinnert, sorgt dafür, dass die Welle in der Mitte blockiert wird, sodass das Ding nicht einfach durchrauschen kann, sozusagen, dass es ein kontrolliertes Wechsel der Kanäle ist. Hier sieht man dann mal, wie es aussieht, wenn man eine digitale Projektion in diese alte Kuppel rein projiziert, sieht auch noch die kleinen Punkte, die kleinen schwarzen, falls man das erkennen kann über den Stream, dort sind die kleinen Aktivleuchten immer noch nach wie vor erhalten und das Videobild überlagert sich auf dem Screen. Hinzugekommen ist auch in einer Nische, die kurioserweise wie dafür gemacht, sozusagen noch den Platz dafür bot, einen alten historischen Tisch, den wir im Keller der Schule gefunden hatten, dazu zu stellen und auf dem steht ein Rechner, quasi unser Mediaserver, mit einer eigens entwickelten Software, über die wir eben alle Videosignale in unterschiedlichsten Formaten und Anwendungsnotwendigkeiten in die Kuppel rein projizieren können und das kreisförmige Grid deutet sozusagen das Kuppelbild an. Ja, auch die Schaltung, die KNX-Steuerung, der Elektrik und der Lichter läuft über das Tablet. Hier ist auch eine Anwendung aus dem Smart Home-Bereich customized worden. Da sieht man sozusagen, dass man alle Sternenbilder von diesen kleinen Aktivleuchten oder eben auch links oben den alten Sternenprojektor ein- und ausschalten kann. Das heißt, das, was man früher in diesen, vielleicht erinnert ihr das noch, in dieser historischen Phase hatte, über diese ganzen Backe-Lead-Schalter oder über die Drucktaster, das geht jetzt alles über die Tablet-Steuerung oder redundant, falls das Netzwerk mal ausfallen sollte, über ein Tasterfeld, so dass wir tatsächlich, da sieht man auch noch dieses historische gravierte Schild mit der Gravur, da sieht man die ganzen Sternenbilder, die auf der Tastenbelegung liegen und das kann man eben, wie gesagt, auch ohne das Tablet machen, aber es hat natürlich eine gewisse Eleganz, weil man hier sieht, man ja nochmal das Tablet halt eben auch die Lichter, die Kuppelrandbeleuchtung ein- und ausschalten kann und auch den Videoprojektor steuern kann, Inputsignale und so weiter. Ja, ich habe jetzt ein kleines Video vorbereitet von vor zwei, drei Tagen und spiele es einmal ab, da seht ihr mich, wie ich sozusagen nochmal, nachdem der Sternenhimmel ausgeschaltet wurde, das Kuppelrandlicht auf blau, eine blaue Beleuchtung geschaltet ist, schalte unten den Videoprojektor schon ein, entraste die Sperre für die Achse, um sozusagen von dem alten Projekte umzuschalten, auf das Full-Dum-Video-Bild, das Test-Grid und das geht jetzt nach oben, ihr seht das ja, der Aufwand, der Kaufaufwand, der hält sich in Grenzen, das ist sehr fein austariert, so dass es eben wirklich von allen Lehrkräften gut gemacht werden kann und ich gehe jetzt gerade aus dem Bild raus, bin in eine Nische, fahre das Carv-Light runter und starte eine Full-Dum-Video-Sequenz und jetzt habe ich mit dem Handy einfach mal reingefilmt in die Kuppel, sodass ihr so eine leichte Ahnung dafür bekommt, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt in dieser 4-Meter-Kuppel stehen würde und das Videobild wahrnimmt. Ich glaube, dass die Zeit so ein bisschen voranrauscht, deswegen springe ich mal ein bisschen in diesem Video, ihr seht auch 360-Grad-Videoaufnahmen, die mit einem 360-Grad-Rig aufgenommen wurden, die auf Kuppel angepasst wurden, mehrere CGI-Szenen, ja, springt ein bisschen, sind also sozusagen nicht nur astronomische Darstellungen, sind ganz viele Themengebiete, hier ist es so klar, es sind kleine Trailer von verschiedenen Themengebieten, die dann in der Schule relevant werden und sozusagen, es sind nicht nur Wissenschaftsdarstellungen, sondern man kann auch Kunst, Musikvideos, ja, Gaming, gehe ich gleich noch vielleicht drauf ein, also alles Mögliche damit machen und man kriegt, glaube ich, ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt. Ist natürlich immer Video-Stream nicht ganz einfach, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, kommt vorbei, das werden wir vielleicht in der Diskussion später thematisieren, und wir vielleicht mal da vorbeischauen können. Gut, ich springe nochmal weiter, was sind die Anwendungen, die wir dort nutzen wollen, jetzt in der modernisierten Sternenkammer? Natürlich soll der alte Sternprojekt da weiterhin nutzbar sein, wir möchten die aktiv leuchtenden Sternbilder über diese kleinen Telefonfadenlampen nach wie vor nutzen für didaktische Zwecke, Full-Dum-Videos, so wie eben, sollen abgespielt werden können, das sind sozusagen Planetariumsfilme, die es eine relativ große Anzahl auch schon gibt, zu verschiedenen Wissensbereichen. Natürlich ist es die Sternenkammer ein Planetarium, das heißt, auch dort nutzen wir Planetarms-Systeme oder Planetarms-Software, Stellarium ist also ein Klassiker, oder World by Telescope, Open Space, da gibt es verschiedenste Anwendungen, ein guter Freund Bastian Barton, der vielleicht auch dabei ist heute, der hat da federführend mir geholfen, bei diesen ganzen Anwendungen die auch mit anzupassen. Ja, er hat sozusagen auch mir dabei geholfen, dass man eine Live-Projektionsgeometrie anpassen kann, sodass ich auch equirectagulare Video-Feeds reinschleusen kann, die man sonst nur für VR, Head-Mounted-Displays nutzen würde oder für 3D-Touren, 360-Grad-Touren, dass die Live-Auf-Di-Kuppel umgerechnet werden. Ich kann aber auch Standardbilder, 4 zu 3 Videos, 16 zu 9 Videos, Websites einspielen. Über die NDI-Streams kriege ich ja im Prinzip eh alles rein, auch 360-Grad-Streams, die es gibt. Ja, und wie gesagt, und wenn man halt auch Game-Engines hat, zum Beispiel in Unity gibt es von Bastian ein sehr schönes Plug-in, um aus einer 360- oder aus einer 3D-Szene heraus einen Full-Dome-Livestream rauszuschicken. Und da kann man eben aus einer Gaming-Situation über Unity ein Full-Dome-Bild rausschicken und das in der Sternekammer abbilden. Und so lässt man, lässt sich dann halt eben auch aus VR-Themen oder jeglicher 3D-Anwendung ein Live-Bild, und zum Beispiel aus einer interaktiven Situation aus einem Game heraus in die Kuppel bringen. Controller installieren, Lighthouses installieren, schon geht das halt auch ganz gut. Man kann auch ganz klassisch ein Video über eine Capture-Card, über eine HDMI-Stream reinholen, wenn man Oldschool irgendeine Kamera zum Beispiel nutzt. Ja, für die Schule ist das natürlich toll, weil jetzt neben dem Astronomie-Thema der Physik ganz viele andere Sachthemen hinzukommen. Natürlich auch das Thema Informatik und Gaming Spannwirt, Kunst, Musik, Sachkunde, Biologie, also wirklich alles, was in der Schule stattfindet, selbst Theater, Sport, ließe sich sozusagen dann realisieren. Also da sind wirklich der Verdensi überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Und das soll auch dazu führen, dass eben Schüler selbst aktiv werden. Wir werden die AGs in der Sternenkammer, die Schul-AGs sozusagen ausbauen, sodass auch Schüler führen können. Es gab schon ein Videoprojekt mit einer virtuellen Tour in Zeiten von Corona, wo die Kinder der Schule virtuelle Touren gedreht haben. Auch die konnten wir eben in der Zweitverwertung in der Sternkammer einsetzen. Und was vielleicht nochmal ganz spannend ist, das ist natürlich auch die Kooperation mit der Sternwarte, deren Team ich ja auch bin oder sozusagen deren Mitglied ich bin. Und es ist halt eben auch für uns in der Sternwarte total spannend, dass wir die Astrofotografie, die dort entsteht, in der Sternwarte jetzt adäquat präsentieren können. Hier die Aufnahmen der Kollegen von Oliver und auch die Milchstraßenaufnahme. Was natürlich auch total toll ist, wir haben eine neue Kuppel in der Sternwarte, die ist in 360 Grad abgefotografiert. Ich habe sie jetzt hier umgerechnet mit der Klappenöffnung und so seht ihr eben dann halt, ja, ich bin auch so gut wie durch. Hier seht ihr sozusagen die Reproduce, das Replika der Sternwartenkuppel, die Darstellung ins 360 Grad Foto oder beziehungsweise Video, ein Standbild. Und was ganz Spannende ist, wir haben jetzt auch sozusagen nochmal vernetzt, es gab eine Tagung der Nordic Planetarium Association, wir haben schon sozusagen Gäste aus dem nordischen und baltischen Bereich, also analog zu einem Filmfestival der nordischen Filmtage zu Gast gehabt, ausgerichtet als Sternwarten-Team. Danke nochmal an die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die da total super das gemacht haben mit mir zusammen. Ja, und in zwei Jahren wird das 100-jährige Planetarium, 100 Jahre Planetarium stattfinden und da wird die Sternkammer natürlich eine besondere Rolle spielen, weil sie bisher auf der Landkarte der internationalen Planetariums-Gemeinde noch überhaupt nicht erkannt wurde. Allerletzte Tats, das ist das Ziel, soll für alle Lübecker zugeglich werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Ich wünschte, dass bei einem Besuch eines Planetariums eurer Möglichkeiten die Zeit so schnell vergeht, wie bei diesem Vortrag, in dem wir, ich glaube, sehr viele gebannt zugeschaut haben. Habe vielen, vielen herzlichen Dank. Leider, im Gegensatz zum Planetarium, können wir dir noch keine Immersion darüber vermitteln, dass jetzt viele Leute dankbar klatschen und mit offenen, hellen Augen dir fasziniert gelauscht haben. Vielen Dank dafür. Und als Feedback, als direktes Feedback, als erstes Feedback, als intensives Feedback kam zuerst dickes Lob an den Vortragenden, klasse Vortrag. Das ist das Erste, was uns erreicht hat und weitere interessierte Nachfragen. Zum Beispiel, weißt du, was du zum Schluss alles so gesagt hast und ich habe gerade Riesenlust bekommen, endlich mal wieder ins neue Natarium zu gehen. Das hat das schon mal bewirkt. Sehr schön. Welche anderen Welten, du hattest ja so ein bisschen was erwähnt, welche anderen Welten könnt ihr denn tatsächlich wie Illusionsmagiker uns auf die Netzhaut versprechen? Also im Prinzip, die Frage ging an mich, denke ich mal jetzt gerade, also vielleicht vorab nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, darüber reden zu können. Das ist natürlich eine tolle Ehre und ein Riesenspaß, das hier in dem Forum machen zu dürfen. Das vielleicht immer ganz wichtigerweise vorab und auch danke für die nette Rückmeldung. Also was kann man in den Sternkammern machen? Es ist ganz schwer zu limitieren. Eigentlich alles, was sich als digitaler 3D-Datensatz darstellen lässt oder erfassen lässt, lässt sich wiedergeben. Und das ist halt das Faszinierende. Ich glaube gerade in dieser Zeit so spannend, weil wir ja gerade momentan so einen explodierenden Grad an 3D-Erfassung haben. Also durch Fotogrammetrie, durch den zunehmenden Grad von 3D-Scans, die Technik, die da immer mehr vereinfacht wird und wirklich zugänglicher wird. Also es wird ja erheblich ein Maß von allen möglichen 3D-Modellen erfasst. Der ganze Kulturbereich, die Museen, die sozusagen die Originale hoffentlich oder wahrscheinlich rückführen werden und es werden 3D-Fassungen dieser Objekte erhalten bleiben und alles, was man erleben will. Genau, das war euch ein wichtiger Aspekt, dass das sozusagen auch einfach sozusagen von einem entsprechenden Lehrenden tatsächlich dann vermittelt werden kann, bedient werden kann. Richtig, genau. Also was, glaube ich, für mich gerade der spannendste Aspekt ist, mit ein paar Kollegen bin ich gerade an einer Entwicklung dran, wo wir eben tatsächlich aus Unity eine Anwendung verfügbar machen für Planetarien und speziell für die Sternkammer auch, in der wir die Vive-Controller an der Vive in der Sternkammer aufbauen und die Brille quasi einfach in die Ecke legen und aus der VR-Szenerie das Bildsignal, also quasi klassische Zweitkamera, nicht auf einen 16 zu 9 Bildschirm schicken, sondern in die Kuppel und wir können mit den Kontrollern die 3D-Objekte in der Kuppel live steuern. Das hat dann sozusagen so zwei Modi, ich kann mir in einem Objektmodus 3D-Objekte in die Hand nehmen und in der Hand nehmen kann man tatsächlich so fast so verstehen, weil der Controller quasi das Objekt repräsentiert, das heißt, wir haben das jetzt mal mit Scans von Käfern aus der Zoologischen Sammlung in Kiel gemacht, die sind dann quasi gekoppelt an den Controller und ich kann den Controller frei drehen und ich drehe dann die Käfer-Modelle in der Kuppel hin und her. Kann die Käfer ganz nah an die Kamera ranziehen und kann in den Käfer reingehen oder die Greifwerkzeuge, die Mundwerkzeuge ganz, ganz nah ranholen, also überlebensgroß oder auch von mir wegweisen. Das geht natürlich auch in einem Raummodus. Ich kann dann über die Controller mich live durchräumen, durchbewegen, kann also quasi durch fotogrammetrisch erfasste Modelle, Raummodelle durchnavigieren, kann da durchfliegen und das ist eben das Tolle an den immersiven Medien, dass sozusagen der Bildschirm, der begrenzte Rahmen des Bildschirms uns eben limitiert. Wenn das Bild um den Kopf herum geht, hat man eben tatsächlich dieses Gefühl, in den Raum einzutauchen und da ist eben diese Replikasituation des Originals, also vor Ort sein, sehr, sehr nah dran am Original. Mir schlicht im Gemüt fiel natürlich erst mal nur eine mögliche Anwendung ein, in eurer Vier-Meter-Kuppel einen Ego-Shooter zu spielen und das hat mir irgendwie so ein bisschen irgendwie so Schauder über den Rücken gejagt, aber diese Idee, die du gerade gesagt hast, noch ein bisschen weiter zu treiben, ist eine Frage. Gibt es schon eine Technik fürs Wohnzimmer, um sich den Sternenhimmel realistisch und den einigermaßen detailliert an die Zimmerdecke beziehungsweise an die Wände zu projizieren? Naja, im Prinzip gibt es, das ist jetzt gar nicht so neu. Ich denke mal, dass man über so ein Multiprojektor-Setup im Prinzip eigentlich, wie man es aus der Fassadenprojektion erkennt, in einem Wohnzimmer auch ganz schnell in den Cave aufbauen könnte. Da sind ja tatsächlich so Blending-Systeme, um diese Überlappung der Bildprojektion tatsächlich relativ low-cost verfügbar und dann kann man, hat man zwar keine Kuppel und keinen kugelförmigen Raum, hat dann eben den quaderförmigen, den kugelsförmigen Raum. Also solche Anwendungen gibt es ja auch im universitären Bereich seit einiger Zeit, diese Cave-Lösungen, die sind genauso immersiv. Das Schöne an der Kuppel und das ist sozusagen mein Plädoyer für die Kuppelstadt des Quaders ist, dass die Ecken halt eben nicht sichtbar werden und im Wohnzimmer wird dann halt in den Raumecken durch die Projektion auf den Ecken die Illusion ein bisschen begrenzt. Die ist in der Kuppel etwas stärker, dadurch, dass der Raum sich stärker auflöst. Aber beeindruckend ist es allemal und auch tatsächlich über relativ einfache Tools realisierbar. Und das, was ihr da sozusagen entwickelt habt, wäre ja wieder eine Erfindung aus Lübeck, die genau diesen Gedanken aufgreift und weitergetrieben hat. Ja, das ist tatsächlich so. Also da muss ich auch wirklich sagen, diese Lösung mit der, wir nennen das immer Sanduhr, diese Wechselmechanik, die man ja auch im Bild noch im letzten Chart sieht, das ist eine weltweit einmalige Lösung. Das hat jetzt, das konnte ich an der Stelle des Talks nicht unterbringen, ist es halt so, dass die Kuppel, dieser Starball, die schwarze Kugel, tatsächlich ja die geometrische Mitte der Kuppel braucht, um korrekt die Sterne, die Sterne mit abzubilden. Der digitale Projektor mit der Fischei-Linse als Optik vorne drauf, der braucht genau gleiche Projektion, also die gleiche Position im Raum. Das heißt, die stehen sich im Weg und deswegen gibt es die Lösung, an einer Drehachse beides hin und her zu drehen und diese Lösung gibt es sonst noch in keinem einzigen Planetarium weltweit. Da sind wir tatsächlich sehr, sehr stolz drauf, dass wir uns das einfallen lassen haben und insofern haben wir genau, eigentlich genau nochmal die Arbeit der Gründer dort wieder aufgegriffen und bilden oder sozusagen es ist eigentlich eine Hommage an die drei Macher, die dort schon mal aufgekommen sind mit einer eigenen Do-it-yourself-Lösung made in Lübeck und das ist schon ein tolles Gefühl, dass man dort dieses historische Erbe eigentlich von der Idee her exakt wieder neu aufgreift. Danke für dieses Stichwort. Eine Frage war, bei der alten Technik, wie wurden damals die Sterne durch die Kuppel punktförmig auf der Projektionsfläche dargestellt? Gab es dazu bestimmte Lochmaße oder waren die teilweise in die Linsen eingearbeitet? Ja, das ist ganz spannend. Das ist eine gute Frage. Vielen Dank, dass die aufkommt. In dieser Lübecker Lösung war es tatsächlich so, dass man, jetzt wird das wahrscheinlich schwer zu zeigen sein. Mein Auszeiger seht ihr glaube ich nicht, aber in dieser schwarzen Kugel sind in der Oberfläche kleine Löcher eingebohrt. Und das ist tatsächlich die Leistung von Hans Kassebaum, durch die Bohrung exakt die Position der wesentlichen Sterne aus der Milchstraße sozusagen auch korrekt wiederzugeben. Und das war auch nicht ohne, also da hat tatsächlich ziemlich... Jetzt hat leider dein Ton nachgelassen. Ich höre dich leider nicht mehr, gerade an der spannenden Stelle. Ich versuche mal zu überbrücken, weil ich könnte mir vorstellen, dass bei dieser Leittechnik es keine zweite Chance gab, wenn man sich da einmal verbohrt hat. Ralf, hörst du mich noch? Wir hören dich leider nicht. Ralf, hörst du mich noch? Untertitelung des ZDF, 2020